heute schnappen wir uns mal ein neues nft von akala und zwar das early adapter nft das man bekommt wenn man am early adapter program teilnimmt das läuft bis 28 märz 2022 und man muss vor diesem datum fünf sehr simple aufgaben bei akala erledigen damit man also in der frühphase von akala die plattform schon mal ausprobiert und wenn man das geschafft hat bis zum 28 märz dann bekommt man ein nft das nft das reiht sich ein hier in die nfts die man sich anzeigen lassen kann wenn man auf der akala plattform auf in der app von akala in seinen account geht das ist hier der zweite punkt auf der linken seite und dann hier auf nfts klickt dann bekommt man seine nfts angezeigt ich habe hier in diesem fall schon das akala crowdloan contributor nft ergattert weil ich am crowdloan von akala teilgenommen habe und wenn ihr das auch gemacht habt und noch nicht nachgeschaut habt dann müsstet ihr eigentlich hier an der stelle euer nft finden warum sollte man das ganze machen klar man kriegt ein schickes nft ist ganz lustig es ist aber auch in aussicht gestellt dass wer hier teilnimmt am early adapter program dass derjenige nicht nur das nft bekommt sondern auch die chance hat bei liquidity pools sehr früh einzusteigen und bei incentive programs also was wäre das was kann man sich darunter vorstellen zum beispiel airdrops bonusprogramme möglicherweise kriegt man vorzeitigen zugriff auf neue features und neue projekte die auf akala starten das ganze kann sich also lohnen es wird hier aber nichts wirklich fest versprochen das ganze ist hier sehr schwammig formuliert ich denke mal für fünf einfache schritte die man jetzt hier erledigen muss ist das sicherlich eine chance auf einen guten deal wenn man jetzt keine lust hat das zu machen kann ich das irgendwie auch verstehen weil es wird ja hier jetzt nichts konkretes versprochen jedenfalls wenn man also lust hat das ganze zu machen dann muss man ein paar dinge erledigen ein paar sachen ausprobieren hier auf akala das ganze ist hier in diesem wiki artikel auch beschrieben den link habe ich unten in die video beschreibung gepackt außerdem auch dieses diesen medium artikel hier der sich mit dem early adopter program beschäftigt und hier steht drin was man erledigen muss es sind folgende schritte und zwar muss man einmal dort rüber transferieren zu akala dann muss man ausd das ist ein stablecoin minten und dann muss man drei mal irgendwelche dinge im akala swap ausprobieren nämlich entweder ein swap oder an dass man liquidität für den swap bereitstellt und diese schritte gehe ich jetzt in diesem video mit euch gemeinsam durch was braucht man jetzt wenn man hier mitmachen möchte klar es gibt viele wege wie man jetzt diese fünf aufgaben erledigen kann aber wenn ihr es jetzt so machen wollt wie ich es hier in dem video zeige dann benötigt ihr auf jeden fall schon mal dort im wert von circa 60 us dollar und da der dort zurzeit ungefähr 20 dollar wert ist braucht man also drei bis vier dort hängt jetzt ein bisschen vom kurs ab vom aktuellen kurs schaut einfach nach wenn ihr also jetzt hier mitmachen wollt wie der kurs ist rechnet das entsprechend um dass ihr ungefähr 60 us dollar habt in dort es schadet nicht wenn ihr ein bisschen mehr nimmt das ganze kann man natürlich auch mit einem vielfachen dieser zahlen die ich hier nenne machen wie auch immer ihr das ganze macht also 60 us dort ist das quatsch 60 us dollar ist das minimum dessen was man also braucht in form von dort tokens plus einen dort extra den man in seinem wallet behalten muss das ist das sogenannte existentische deposit man braucht in polkadot immer mindestens einen dort in seinem wallet ansonsten wird der restbetrag also alles was unter ein dort ist gelöscht man verliert also dann ein bisschen was an dort was dann auch nicht weiter schlimm ist also außer dass jetzt natürlich das geld weg ist man kann das wallet jederzeit wieder verwenden indem man es wieder auflädt mit einem dort und alle sachen die man mit dem wallet gemacht hat in der zwischenzeit wie zum beispiel jetzt am staking teilnehmen oder ähnliche dinge die laufen irgendwie weiter also es ist nicht weiter schlimm wenn man unter einen dort kommt aber es ist natürlich auch ganz gut wenn man einfach einen dort drin behält weil es ist nicht schön wenn man dauernd einen betrag von zehn dollar oder 15 dollar verliert weil man das ganze nicht beachtet so also ihr braucht auf jeden fall drei bis vier dort für den ganzen vorgang plus ein dort ergibt dann insgesamt also fünf dort die man benötigt und dann braucht man noch akala tokens akka im wert von circa 40 us dollar schadet auch nicht wenn es ein bisschen mehr ist man muss auch gas gebühren also netzwerk gebühren bezahlen in form von akala tokens ungefähr 40 us dollar in akala tokens werden hier benötigt das sind nach dem aktuellen kurs 26 akka tokens also 30 akka tokens könnte man jetzt auch nehmen und dann ist man also dann hat man das zusammen was man hier benötigt ist also insgesamt circa 100 us dollar an wert dass man hier einsetzen müsste die sind nicht weg man kann sich die zum teil zurückholen das ganze wird ein bisschen was kosten es gibt immer ein bisschen was an verlust der verlust wird aber nicht allzu hoch sein dafür bekommt man ja schließlich auch sein nft und wenn man das ganze sich ein bisschen anders strukturiert ein bisschen cleverer strukturiert dann kann man sogar ein bisschen plus machen darauf gehe ich aber jetzt im video nicht ein da müsst ihr irgendwie selber drauf kommen wenn ihr hier auf akala arbeitet so was muss man jetzt genau machen also man muss erst mal die dots zu akala übertragen das heißt wir haben die dots in unserem polkadot wallet auf der polkadot relay chain und ihr müsst die dann über die bridge zu akala übertragen dann sind die auf der akala auf der akala blockchain und da ist total wichtig diese aktion kann man zurzeit zurzeit nicht zurücknehmen das ist also eine einbahnstraße wenn man seine dort zu akala überträgt bekommt man sie nicht so einfach wieder zurück zu polkadot das wird irgendwann später implementiert das ganze wird wahrscheinlich noch zwei drei monate dauern dann irgendwann kann man seine dort tokens auch wieder zurück übertragen man muss es einfach nur beachten wenn man es macht das jetzt also die nächste zeit erstmal der weg zurück nicht möglich ist die dots bleiben also auf akala für die nächste absehbare zeit dann muss man a usd minten a usd ist ein stable coin den man erzeugen kann auf der akala plattform man kann den erzeugen indem man dort tokens zum beispiel als sicherheit hinterlegt oder akala tokens kann man noch nicht akala tokens kann man noch nicht als sicherheit hinterlegen aber man kann dort tokens als sicherheit hinterlegen kann dann dafür sich a usd ausleihen das ganze nennt man minten und mit den a usd kann man dann weiterarbeiten und dann muss man noch drei swaps machen im akala swap bzw liquidität für den swap zur verfügung stellen und genau diese drei aktionen werden wir machen und ich werde das ganze so machen dass man diese ganze geschichte in irgendeiner form rückabgewickelt bekommt aber eben nicht völlig verlustfrei sondern man wird zum einen netzwerk gebühren zahlen man wird ein bisschen verlust haben durch die swaps weil man da auch gebühren zahlt und das ganze wird also ich schätze mal im bereich von zehn dollar ungefähr kosten wenn man es überhaupt zurück abwickeln will ansonsten kann man eben auch die sachen liegen lassen auf akala und irgendwie vielleicht in irgendeiner form einlegen und ein bisschen was an rewards verdienen aber bei der einlage von circa 100 dollar wird da nicht viel bei rauskommen wenn ihr damals am akala crowd und teilgenommen habt dann ist es sehr sehr wahrscheinlich dass ihr sowohl dort tokens als auch akala tokens schon habt falls das nicht der fall ist oder ihr noch welche braucht man kann beides sehr einfach zum beispiel bei binance kaufen und dann in das polka.js wallet übertragen und übrigens polka.js wallet einrichten und so das erkläre ich jetzt hier in dem video nicht dafür darüber gibt es schon genug anderes im netz jedenfalls polka.js wallet das ist das was ihr braucht ihr braucht dort tokens und akala tokens wenn ihr noch welche kaufen wollt und müsst dann gibt es die zum beispiel bei binance aber natürlich auch bei kraken kann man das machen und bei binance kann man die also abheben wenn man hier in seinem spot wallet fiat und spot wallet ist dann kann man hier eine abhebung machen zum beispiel indem ich hier den dort token suche hier dann nehme ich den dort gebe hier meine adresse ein für den dort token das ist dann also die adresse die ich bekomme wenn ich hier das polka.js wallet öffne und dann hier entsprechend polka dort einstelle die polka dort relay chain hier muss also die polka dort relay chain stehen und dann kopiere ich mir diese adresse füge dir hier bei binance ein und suche hier bei netzwerk dann das polka dort network aus und übertrag dann meine polka dort tokens in mein polka.js wallet der ganze vorgang dauert ein paar minuten das geht bei binance sogar recht fix aber wie gesagt jede andere börse die polka dort unterstützt kann das auch erledigen ebenso und da müsst ihr natürlich aufpassen das gilt für akala auch aber akala muss dann auch transferierbar sein von der börse soweit ich weiß geht das bei kraken und bei binance und die anderen börsen habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeguckt das ist immer so viel arbeit das einzeln nachzuschauen schaut einfach nach ob ihr akala abheben könnt und da geht es dann entsprechend ihr müsst in euer polka.js wallet gehen dann sucht ihr hier mit den drei punkten erst mal akala aus dann habt ihr hier eure akala adresse die ist tatsächlich unterschiedlich zur polka.relay chain und dann könnt ihr eben diese adresse kopieren und dann bei binance in das adressfeld einfügen dann müsst ihr hier unter network akala aussuchen damit das im richtigen netzwerk landet es gibt so ein paar sicherheitschecks hier bei binance die dabei dafür sorgen dass man das nicht verwechselt aber es schadet natürlich nicht wenn man selber auch darauf achtet also im polka.js wallet die entsprechende adresse von akala raussuchen in dem man hier umstellt und wenn ihr dort überträgt dann müsst ihr die polka.relay chain adresse dahin kopieren die erste aufgabe besteht also darin jetzt die dots die auf der polka.relay chain liegen hier auf die akala blockchain zu holen das funktioniert über die bridge die bridge findet ihr hier in der liste links an dritter stelle und es kommt zunächst einmal der warnhinweis das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt es ist zurzeit eine einbahnstraße die dots wenn die einmal zu akala übertragen sind bekommt man die also nicht mehr zurück zu zur polka.relay chain das ist vorläufig so das ganze wird in ein paar monaten sich ändern dann kann man die dots auch wieder zurückholen aber zurzeit ist es eben eine einbahnstraße wenn das xcm upgrade von polka.dot fertig ist dann wird es auch den rückweg geben daran wird zurzeit gearbeitet das ganze ist auch relativ weit ich rechne damit dass das in den nächsten monaten auf jeden fall passieren wird es gibt aber natürlich immer noch eine andere möglichkeit und die besteht darin dass man seine dot tokens hier verkauft über den swap umwandelt in akala tokens und dann die akala tokens zurückschickt zu der börse wo man hergekommen ist also die akala tokens zum beispiel zu binance überträgt oder zu kraken und dann eben da wieder umwandelt in dort und zurück überträgt ist ein bisschen kompliziert aber wenn man die dort tokens wirklich zurück braucht dann ist das der weg wie es geht so also diese nachricht muss man erst mal weg klicken dann kann man hier in der bridge arbeiten und hier kann man also einstellen polka.dot zu akala das ist genau das was wir wollen ich glaube andere möglichkeiten hat man hier noch nicht eines tages wird es hier sicherlich auch andere bridge möglichkeiten geben von anderen blockchains zurzeit gibt es nur den weg von polka.dot zu akala und wenn man also das machen möchte dann braucht man hier gar nichts einstellen hier noch das entsprechende account einstellen falls man mehrere hat wenn man nur eins hat dann steht da auch schon das richtige und dann kann man also jetzt hier die dort tokens übertragen und hier wird einem angezeigt wie viele dort tokens man auf polka.dot auf der relay chain hat die also übertragbar sind da brauchten wir vier dort tokens ich trage also jetzt mal vier dort tokens hier ein und dieses keep alive hier das lassen wir einfach so stehen das beschäftigt sich einfach mit dem thema dass man mindestens ein dort token in seinem polka.dot wallet behalten möchte einfach nicht anfassen dann passt das schon und also vier dort tokens übertrag ich jetzt das hier ist die transfer gebühr also 0,01 dort tokens ist ja jetzt nicht so besonders viel und dann gehe ich hier auf transfer muss die ganze transaktion hier unterschreiben mit meinem passwort und sobald die transaktion bestätigt ist sind die dort tokens unterwegs der ganze vorgang dauert ungefähr vier minuten würde ich schätzen und wenn die dort tokens angekommen sind dann findet man sie hier in dieser liste unter dot hier zurzeit noch null also das heißt die dort tokens sind jetzt noch nicht auf der akala blockchain angekommen und jetzt warte ich einfach mal bis die hier ankommen aufgabe nummer eins wäre damit erledigt und jetzt kommt die zweite aufgabe nämlich wir müssen ausd minuten und was minuten bedeutet das konzept dahinter das ist eigentlich stoff für ein eigenes video im grunde geht es darum man kann stable coins erzeugen das nennt man dann minten dafür muss man aber eine sicherheit hinterlegen denn die stable coins die kann man ja nicht einfach aus der luft erzeugen sondern man muss dafür sorgen dass man in irgendeiner form auch einen gegenwert liefert und diesen gegenwert den können wir liefern in form von dot tokens wir können also eine sicherheit hinterlegen in form von dot tokens dann können wir dafür ausd erzeugen und die sicherheit muss immer doppelt so hoch sein wie das was man hier dann an stable coins erzeugt also der wert der sicherheit in dollar muss doppelt so hoch sein wie der wie die dollars die wir hier entnehmen und das ganze ist riskant es ist auch kompliziert das wäre wirklich stoff für ein eigenes video und deshalb einfach meine empfehlung bei diesem schritt macht alle schritte die ich jetzt mache nacheinander weg es ist nicht gut diese position hier längere zeit einfach offen zu lassen also sich die ausd zu nehmen rumliegen zu lassen denn es kann ein bisschen was schief gehen man kann seine dort tokens verlieren dadurch dass einfach der wert das dort sinkt wenn also der kurs vom dort runter geht dann kann es passieren dass die sicherheit nicht mehr ausreicht um das darlehen dass man hier in form von stable coins entnommen hat zu besichern und dann wird die position automatisch aufgelöst man verliert seine dort tokens ganz schlimm ist das ganze nicht aber zumal wir jetzt hier auch mit einem relativ kleinen betrag arbeiten man darf auch seine dollars behalten die man gemintet hat ist also keine katastrophe wenn das passiert aber es ist einfach besser wenn man diese ganze aktion jetzt am selben tag sagen wir mal beendet und deshalb macht einfach die schritte die ich hier vorstelle nach und nach mit und denn ich werde dieses ganze ding hier irgendwann am ende auch wieder auflösen so im ersten schritt sozusagen müssen wir ein volt erzeugen das macht man hier mit dem plus knopf und dann wähle ich hier den dort als sicherheit aus klicke hier auf next trage hier meine vier dort tokens ein die ich als sicherheit hinterlegen möchte und minte dann hier theoretisch kann ich also jetzt im gegenwert von zwei dort tokens ausdn nehmen dann bin ich aber schon an der obergrenze dessen das ist nicht gut wenn es leichte preisschwankungen gibt dann kann es sein dass hier die position liquidiert wird und deshalb mache ich es einfach so dass ich das minimum dessen was ich hier an ausd erzeugen muss also ich muss mindestens 20 ausd minten dann nehme ich also einfach 21 ausd die ich hier minte und damit ist meine position ziemlich safe das sieht man ganz das ganze sieht man auch hier auf der rechten seite unter collateral ratio die wir haben jetzt also dann eine collateral ratio von 378 prozent und wir dürfen runtergehen bis 160 also würde ich jetzt zum beispiel 30 minden dann wären wir schon viel näher dran und bei 40 werden wir dann schon sehr nah dran und so weiter also man ich nehme aber jetzt für diese aufgaben hier einfach das minimum dessen was man finden muss denn damit ist die aufgabe wieder erledigt und da gehe ich also hier schon mal überhaupt kein risiko ein ich klicke jetzt hier auf next muss das ganze bestätigen und all das was hier steht stability fee und so weiter das müsste man wirklich noch mal separat erklären ich gehe hier auf confirm und muss auch diese transaktion wieder unterschreiben mit meinem passwort und dann habe ich 21 ausd erhalten schaue ich auch direkt mal nach hier moment das muss weg noch mal und dann sehe ich hier ich habe sogar 22 ausd erhalten beziehungsweise ich habe glaube ich 21 erhalten und ein paar zerquetsche waren hier noch drauf also damit habe ich jetzt die aufgabe nummer zwei erledigt ich habe ausd gemintet die dritte aufgabe besteht jetzt darin dass wir insgesamt drei aktionen hier im akala swap durchführen den swap findet ihr hier in der liste links an fünfter stelle und die erste aktion die wir durchführen wird darin bestehen dass wir in den liquiditäts pool einzahlen der sich zusammensetzt aus ausd und akka und das ganze wenn wir auch später wieder auflösen also ihr bekommt auf jeden fall eure tokens wieder zurück ich werde hier insgesamt 15 ausd einzahlen und dann ergibt sich hier eine entsprechende anzahl an akala tokens hier in diesem fall sind es dann um die 10 hängt natürlich vom kurs ab man muss ja immer den gleichen dollar wert einzahlen also wenn ich jetzt 20 dollar einlege dann muss ich hier auch akala tokens im wert von 20 dollar einlegen hier sind jetzt 15 sind nach aktuellem kurs dann ungefähr zehn akala tokens das ganze schicke ich dann hier ab mit ad liquidity ich brauche nicht zu staken das ist dann nur ein extra schritt wir machen das ganze jetzt hier nur um diese aufgaben zu erledigen es geht jetzt nicht darum hier zu staken aber man sieht wenn man hier staken wollte dann würde man zurzeit um die 100 prozent lpa bekommen das ganze wird aber über die nächsten wochen sinken ist einfach eine frage die sich jeder stellen muss ob sich das für einen lohnt machen wir jetzt hier in diesem video nicht also ich klicke jetzt hier auf ad liquidity unterschreibt die ganze transaktion wieder und habe dann damit in den liquiditäts pool eingezahlt das wäre also die erste der erste schritt von den dreien die man hier machen muss die erste aktion von den dreien die zweite aktion wäre jetzt nach meiner idee dass wir mal ein swap durchführen und zwar brauchen wir ja um unsere position hier um unser volt aufzulösen um die 21 a usd und die holen wir uns jetzt indem wir unsere akala tokens den rest den wir haben umtauschen in a usd ich gehe hier also im swap auf akala und dann hier auf a usd und dann verkaufe ich hier sagen wir 22 im wert von 22 a usd ich brauche ein bisschen mehr weil ich muss meine position auflösen ich muss ein ganz kleines bisschen an zinsen zahlen ungefähr drei prozent pro jahr die fallen aber mit jedem block an also heißt das ich brauche irgend so einen mikroskopisch kleinen betrag mehr als ich entnommen habe deshalb kann ich also und da ich ja auch sowieso nicht genug a usd mehr habe die habe ich ja gerade in den liquiditäts pool eingezahlt nehme ich einfach also werde ich einfach jetzt akala tokens im wert von 22 a usd umtauschen damit ich die position auflösen kann ich mache den swap bestätige das ganze wieder mit dem passwort und damit habe ich schon zwei von drei aktionen hier im akala swap erledigt und jetzt als nächstes löse ich direkt mal meine position hier beim minden bei den a usd auf indem ich hier auf manage klicke und dann gehe ich hier auf payback zahle das maximum an a usd zurück ich habe ja gerade die akala tokens umgewandelt in als a usd deshalb habe ich die jetzt in meinem wallet kann das ganze hier wieder bestätigen und jetzt ist diese position auch schon wieder safe denn ich habe jetzt keine keine schulden mehr hier kann also eigentlich so wie es ist nichts mehr passieren es bringt aber irgendwie auch nichts hier jetzt diese vier dort drin liegen zu lassen und deshalb hole ich mir also jetzt die hinterlegte sicherheit auch wieder zurück mit withdraw klicke hier auf maximum und kann mir die dann eben über eine weitere transaktion zurückholen im nächsten schritt löse ich dann auch die liquiditätsposition auf die hierbei im swap gemacht habe das klicke ich jetzt mal weg dafür gehe ich wieder hier auf liquidity und dann hier auf withdraw liquidity dann suche ich hier den lp token aus den ich bekommen habe für dafür dass ich liquidität hinterlegt habe ich habe also akala und a usd hinterlegt klickt das an und dann kann ich hier das maximum an lp tokens also alles was ich hinterlegt habe wieder zurückholen die mischung dieser beiden tokens wird nicht ganz übereinstimmen also nicht exakt auf den nachkomma auf den nachkomma währt das ist aber im grunde egal weil ich kann ja nachträglich wieder alles zurücktauschen ich gehe also jetzt hier auf withdraw liquidity und wenn die transaktion erledigt ist dann habe ich auch meine akala tokens die hier eingelegt habe wieder zurück ich habe aber jetzt einen gewissen überschuss an a usd dafür fehlen ein paar akala tokens klar weil ich ja durch den swap hier entsprechend akala tokens verkauft habe und da sind jetzt also a usd zu viel und das ist jetzt die dritte aktion und damit sind wir dann auch fertig wir tauschen jetzt einfach die a usd tokens wieder zurück in akala und dann habe ich im grunde die ganze aktion wieder rückgängig gemacht bisschen was an netzwerk gebühren an transaktions gebühren bezahlt und auch an swap gebühren aber insgesamt ist das nicht allzu viel es hat mich also ein bisschen was gekostet außerdem habe ich meine vier dot tokens hier jetzt erstmal für ein paar monate festgelegt dafür bekomme ich aber dann wahrscheinlich am 28 dritten ein nft und dieses nft wird mich dann berechtigen womöglich an anderen early adapter programmen teilzunehmen für airdrops qualifizieren oder möglicherweise auch für andere bonusprogramme man wird sehen was da kommt wenn ihr jetzt eure dot tokens doch wieder zurück haben wollt auf der relay chain dann geht das ja nicht über die bridge weil die bridge ist ja nur eine einbahnstraße die variante wie man das ganze machen kann ist dass man darin hier dass man hier also im swap die dot tokens umwandelt in akala tokens und die akala tokens dann auf eine börse überträgt wie zum beispiel auf binance oder auf kraken dort die akala tokens verkauft und für den erlös dann eben dort tokens kauft ihr könnt dann von da die dot tokens die ihr da gekauft habt übertragen auf die polka dot relay chain dann habt ihr die ganze aktion quasi komplett rückabgewickelt das wäre die eine variante die andere variante ist man macht hier beim staking mit man kann die dot tokens hier staken man müsste dann also die die hälfte umwandeln in lc dort das kann man hier über den swap und kann dann hier also staken bringt dann zurzeit acht prozent ist also relativ müde aber besser als gar nichts oder man macht irgendwelche anderen wilden sachen wie hier zum beispiel die akala und ausd hier in diesem staking also waren wir zwar nicht drin aber wir haben inzwischen wenigstens die lp tokens die position aufgebaut in diesem video ist aber jetzt deutlich riskanter ergibt dann eben auch eine höhere lpa die aber über die nächsten wochen wahrscheinlich sinken wird frage ist ob sich das lohnt ob es nicht besser ist entweder mit den dot tokens hier zu warten bis der rückweg an der bridge implementiert ist oder das ganze dann rückabzuwickeln über die börse wie es eben beschrieben habe so ich hoffe dass jetzt hier so einiges rauskommen wird wenn wir dieses nft ergattert haben das nft das kommt erst ins wallet am 28.03. oder später vorher wird man das noch nicht sehen man kann sich in eine mailing liste eintragen lassen wenn man informiert werden möchte die mailing liste findet ihr hier unter akala dot network slash early bindestrich adopters link unten in der video beschreibung hier könnt ihr eure e mail adresse hinterlegen dann werdet ihr über neuigkeiten was dieses early adopter programm angeht informiert unter anderem auch wenn es irgendwelche bonus programme gibt irgendwelche incentives gibt und so weiter lohnt sich wahrscheinlich sich hier in die liste einzutragen so dann drücke ich die daumen dass alles gut geht und dass es hier ein paar nette rewards gibt und freue mich schon aufs nächste video bis dahin tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal